so hallo und herzlich willkommen heute ein weiteres video zur starle der berlin und zwar haben wir bisher relativ viel glück gehabt wir sind auf dem besten weg zum diamant jetzt stehen uns nur noch vier aufgaben im weg und die sind genauso wie die vorigen mit extrem viel glück verbunden als es also das jetzt gerade jetzt die champion phase quasi und es ist halt jetzt echt ein harter gamble ich will es jetzt auch gar nicht ewig in die in die länge ziehen ich glaube jeder weiß oder jeder der sich ein bisschen damit befasst weiß dass es halt im prinzip kein flippsen wer gewinnt also ich würde hier sagen auf jeden fall ans geht durch vitality avant gar auch schwierig ich gehe auf vitality energy na wie bin ich auch das ist richtig 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 hart als 3 system liquid als team liquid hat glaube ich nicht so überzeugt ich hoffe ich sage jetzt alles richtig ich es ist auch mega spät schon nicht dass ich jetzt irgendeinen käse verzähl aber es ist glaube ich egal also es ist wirklich ein gamble energy na wie ich tendiere zu na wie einfach weil na wie eine top tier mannschaft ist dies ja aber wie gesagt energy auch und ich gehe mit na wie hier gehe ich auch mit ans weiter astralis gegen na wie bin ich schon ehrlich gesagt ein bisschen überfragt ich gehe mit na wie und ich denke dass ernstes finale macht das sind meine tipps schreibt auf jeden fall meine kommentare was ihr so tippt und was ihr davon haltet wichtig auf jeden fall dass ihr alle tipps in vor diesem countdown also einen tag und zehn stunden habt ihr noch zeit und die tipps abzugeben aber ihr müsst alle abgeben also könnt nicht mehr dazwischen durch tippen wenn die champion phase angefangen hat ist hier alles zu und dann ist es vorbei dann müsst ihr nur noch im prinzip die tipps richtig haben und ein spiel anschauen und dann habt ihr die diamant münze so einfach klingt es so glücklich ist es wir ich bin auf jeden fall gespannt auf was ihr so schreibt gibt auf jeden fall dem video und gerne einen daumen hoch schaut auch vom live stream vorbei twitch.tv hangemao live und dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao